Hallo und herzlich willkommen in der Guerilla-Küche Manufaktur bei Edeka Ziegel. Ich bin Markus Korsten und ich bin verantwortlich für die herzhafte Seite der Manufaktur. Manufaktur, was ist das eigentlich? Was machen wir hier? Ganz einfach erklärt, wir produzieren für euch tolle, leckere Speisen, mal eine völlig andere Alternative zu den vielen Fertiggerichten, die ihr überall kaufen könnt. Der Vorteil, wir beziehen unsere Produkte, unsere Rohstoffe für unsere Gerichte direkt hier aus unserem Markt. So haben wir natürlich absolute Kontrolle über die Frische unserer Zutaten. Und aus all diesen leckeren Zutaten kriegen wir dann tolle Gerichte, die ihr hier bei uns in den Märkten in Dülken, Firsen und Willich kaufen könnt. Du magst es auch mal süßer, da ist Thomas Tewissen dein Mann. Er produziert unsere beliebten Grillersprongen in verschiedenen Geschmacksvarianten, Kuchen, Gebäck und noch mehr leckere Sachen, die ihr auch in unseren Ständen der Guerilla-Manufaktur findet. Probiert es einfach mal aus. Wir freuen uns natürlich über jedes Feedback. Gerne auch per E-Mail unter info at edeka-silke.de oder über unsere Social-Media-Kanäle. Bis dahin, gute Zeit, bleibt gesund, bis bald.